So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Dieses Mal, weil wir es als Tradition sehr lange nicht gemacht haben, machen, der gut rommeln, und ich ein paar Booster auf. Und ich hoffe, du hast Bock. Ja, mega, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt vor, das ist ein bisschen jetzt auch natürlich hier, Weihnachtszeit mit dem Baum, wunderschön. Und dementsprechend machen wir ein paar Booster auf. Wir haben heute Forgotten Realms Draft Booster. Ich gebe dir mal ein paar rüber. Und du hast noch was mitgebracht. Ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht, ein Mitbringsel aus meinem Urlaub in Italien. Und zwar, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Dungeons & Dragons Aventure Nay Forgotten Realms. Booster per Drafte darf 15 Karate. Und die können wir als erstes dann gucken, weil das war für mich ein sehr, ich mag ja halt andere Sprachen zu sehen in Magic. Zum Beispiel natürlich haben wir hier Sfondare Laporta. Vedi Una Guardia Avi Sele Gli Uno. Genau. Und ja, es ist einfach sehr witzig hier. Forza del Toro. Es könnte auch ein neues Auto sein. Ja, stimmt. Ich weiß, dass Volare heißt fliegend. Ah, okay. Zombie Ogre. Das bleibt einfach so. Zombie Ogre. Zombie Ogre und dann Ogre Zombie. Ja, nice. Und ich weiß gar nicht. Da, Volare. Ah ja, genau. Volare fliegen. Ja. Und natürlich der Grazilla Rats Studio Elitit. Ja. Creatura Legadiara. Also Legadiara. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich mag solche Sachen immer aufbewahren. Vor allem, wenn ich da mal unterwegs bin. Passiert ja nicht so häufig. Ich hatte mir nämlich schon Dungeons & Dragons aufmachen. Dann auch ein bisschen was zeigen. Italienisch. Richtig. Gut. Wir legen einfach mal los. Ja, würde ich sagen. Gucken wir mal Busse an. Wie immer. Wir machen die gleichzeitig auf. Gucken so ein bisschen drüber, was so der andere hat. Was man selber so hat. Und ja. Vor allem, eigentlich ist es ja auch voll gut, dass wir das etwas verspätet quasi aufmachen. Denn ich habe jetzt die Bücher ein bisschen mehr gelesen. Die Saga vom Dunkelhelf. Bin jetzt gerade bei Band 4. Das heißt, ich kann mit ein paar mehr Karten ein bisschen was mehr anfangen. Sobald mir einer über den Weg läuft, sage ich Bescheid. Okay, Video ist vorbei. Genau. Iron Golem, cool. Gibt es eigentlich so viel? Oh, Bag of Holdings. Da weiß ich noch. Bag of Holdings. Das war mal eine Rare, glaube ich, oder? Ich glaube, das gab es vorher so nicht in der Richtung. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ja. Und Sea of Annihilation. Die ist sogar gut. Die wird sogar gespielt, tatsächlich. Echt? Ja, ich habe Wares. Das ist Reach. Und Ward 1. Ward 1 sieht für mich immer noch so strange aus. Dieses Ward 1 oder Ward Pay 1 Live. Ja. Da müssen sie sich unbedingt was anderes überlegen. Vor allem, weil Pay 1 Live ist ja auch, dass du ja auch einfach noch einen Bindestritt dazwischen. Ja, ja, genau. Das ist einfach nur ... Nur das. Also da müssen sie sich irgendwas überlegen, meiner Meinung nach. Genau. Finde ich nicht so geil. Sea of Annihilation ist ein bisschen das, was dann später Mithook Massacre wurde, oder? Ja, ja, genau, genau. Ein X-Mana-Sweeper. Genau. Und nimmt dann noch ein bisschen was mit. Aber gut. Massacre kostet halt Geld und ist gut. Ich weiß nicht, es sind drei für 120 Dollar oder so. Habe ich in der Deckliste gesehen. Das war schon ... Das ist schon extrem viel. Das ist echt viel. Ich muss auch sagen, ich sehe ein bisschen Deadly Dispute, weil das Deck oder dieses Set hat ja so ein rot-schwarzes Treasure-Theme. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich nochmal ein Deck werden. Weil Mana-Cheaten in nichtgrünen Decks ist sehr ... Was hältst du von diesem Aufmachen? Ja, es ist halt so ein bisschen schwierig. Wir haben uns, glaube ich, schon im Podcast schon einmal drunterhalten. Ich mag diese einfarbigen Hintergründe nicht. Klar, es gibt die Color-Identität. Aber bei weißen oder bei goldenen Karten sieht man das halt kaum. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Es war so ein bisschen schwierig. Spiele ich im Legacy. Echt? Ist der Legacy-Playable? Ja, das ist ganz cool. Er sucht Ausrüstung und Zauberung. Ah. Blue Dragon. Der richtige Blue Dragon ist das, der nicht falsche, weil er ist sehr englisch und nicht deutsch. Ach so, hatte der nochmal einen Fehler mit. Ja, genau. Im Deutschen hat der ja minus drei, minus zwei, minus eins bis zum Ende deines nächsten Zuges gegeben. Ah. Und hier gibt er ja nur bis zum nächsten. Und wir haben Meteos Warp. Oh, ich habe auch eine X-Karte. Okay. Tatsächlich The Long Rest. Habe ich schon mal gezogen. Macht, glaube ich, nix. Und ich habe eine Rare. Uh. True Polymorph. Äh, okay. Tatsächlich, Polymorph ist gerade in Band 4, wo Dritz und seine Bande trifft zum ersten Mal auf die Mind Flayer. Ja. Und da ist es ein ganz großer Punkt mit einem Charakter, der gepolymorpht ist und der mit dem, mit seinen Persönlichkeiten kämpft. Deswegen, das ist tatsächlich sehr, sehr witzig. Geil. Also, man überlegt sich das natürlich nicht. Also, auch bei World of Warcraft gibt es ja irgendwie so Polymorph in Schlaf und so. Ähm, aber nee, in dem Schafskopf ist dann einmal die Persönlichkeit oder die, ähm, die Eigenschaften von einem Schaf, aber natürlich die eigentliche Persönlichkeit. Auch da. Also. Weißer Kato? Ja. Der Aufschrei, der damals kam. Ja, voll. Ach ja. Oh, da kann ich jetzt Polymorph. Mehr Polymorph. Genau. Thiefstool hat mir, glaube ich, im Draft sehr häufig den Hintang gerettet, tatsächlich. Eye of the Beholder, Alter. Das Artwork ist ziemlich da. Ja, man muss echt sagen, also, hier haben sie echt viel gemacht. Hammer Pasha, denke ich mir immer noch. Oh, wenn, wenn doch das Dungeon Deck mal was gefunden hätte. Uh. Ist das die teureste Karte aus dem Set? Ich hab keine Ahnung, was ist das? Dungeon Descent? Äh, ach nee, das ist gar nicht, sorry. Ich hab das mit Treasure Bolt auseinander getan. Uh. Der verfolgt mich. Der verfolgt mich so unendlich hart. Ich hatte ihn im, im, ich kann, im Two of the Giant Previews zweimal. Jetzt haben wir neulich Chaos Sealed Deck im Welcome Back Event gespielt. Okay. Da hab ich ihn auch gezogen. Also, der verfolgt mich. Irith verfolgt mich. Ich mein, es gibt schlechte, schlimmere Karten, die einfach folgen können, aber. Ja. Auch übrigens hier dieser, ähm, der Battlecry Goblin, der wurde auch mal in der Budget-Version von hier 8wag gespielt, weil der mit seiner Fähigkeit noch Haste geben kann. Ja, genau. Oder mal whacken kann. Cool. Und Bull Strength. Ja. Aber hier war es Forza del Toro. Forza del Toro, genau. Ja, Toro, Buller. Ja, kommt hin auf jeden Fall. Aber ich finde, wir haben nicht so schlechte Puls bisher. Also, Inlicit, ähm, der ist auf jeden Fall playable. Ja, der ist ziemlich gut, ja. Okay. Kleine LA. Komplett Duel. Steht kleine LA drauf, ist aber keine LA. Hm. Ja, das stimmt. Und die Karte macht, glaube ich, jede Webseitenhersteller absolut wahnsinnig, weil diese Plus normalerweise halt nicht als Name, sondern halt... Nein, als geäddete Typ. Genau. Ranger Hawk, Sentry. Ähm... Ja, da sieht man es mit dem weißen Hintergrund, ja. Hier ist es halt, hier fällt es so ein bisschen halt weg, ne. Und hier, ja, Orb of the Dark, äh, Dragonkin. Ja, das war es leider. Gute Karte. Gute Karte in jedem EDH-Dragons-Deck, glaube ich. Mit der Dragon wird es nicht gespielt, oder? Nee. Nee, dafür ist es zu langsam, leider. Aber es ist immer noch eine coole Karte. Ja. Und... Und... Volo, Guide to Monster. Ich weiß nicht, wie man es erkannt. 4-Mann-A-3-2, Castle-Creature-Spells, Thousand-Share-Type. Okay. Das ist quasi ein Anti-Tribal-Commander. Ja, ich merke das so. Aber es ist witzig eigentlich. Warum? Generell so diese, diese Thematiken, also, das kann man ja bei Wizards of the Coast immer sagen, wenn du einen EDH-Stack supporten willst, was keinen guten Support hat, mach einen Commander, der kann das. Ja, ja, genau. Das stimmt. Wie sagst du denn, Toski und Tobola und ihr jetzt hier. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Ich finde es aber sehr, sehr interessant, dass sie halt da dann kein Commander-Elect rausgebracht haben für... Das stimmt. Aber man kann sehr gut, glaube ich, eins bauen. Ja. Stimmt. Ich bin jetzt persönlich nicht Direwolf. Owlbear. Owlbear. Klassiker, Klassiker. Die Frontelekt. Green Jack. Diese Dragons sind auch, die wirken immer cooler, als die sind, weil selbst im Limited sind die halt nicht so geil. Oh, hier Brennor, Battlehammer. Auf den bin ich noch nicht gestoßen in den Büchern. In den Büchern, der kommt noch. Der kommt noch, der kommt noch, ja. Und? Ich hab White. Was? Was ist das? Oh, den hab ich tatsächlich zweimal im Pre-Release gehabt. Mal als Promo und einmal nochmal im Booster gehabt. Zwei-Mann-A-3-2, End of the Battlefield tapped. Und immer wenn eine andere Kreatur diesem... Also wenn White eine Kreatur Schaden macht, macht man ein 2-2-Zommi. Und das ist halt super gut, auch zum Blocken teilweise, auch wenn er getappt reinkommt. Aber das ist kein schlechter Karte. Grimondra, der ist sogar was wert. Zwei-Mann-A-5-3, Flash. Ja, kann man nur Karsten unbedingt gespielt haben, weil man ist ein Goblin. Ja. Man sieht es ihm nicht, aber er ist offensichtlich ein Goblin. Und wenn man den Turn 2 mit der Fiole reinbringt, gut. Oder so Goblin-Lacki-Angriff, ansonsten hol ich mir halt den 5-3er. Das ist schon gut. Das ist schon extrem. Oh, Monklaes. Bin ich die ganze Zeit überlegen, ob man die irgendwie benutzen kann. Ich hab sie im Standard-Jurion tatsächlich gespielt. Oh, krass. Aber gut, macht natürlich Sinn, dass du den auch bouncen kannst. Kostet weniger und dann bouncen, genau. Und ja, permanent das zurück auf die Hand geben. Ja, mit Jurion. Ja. Ist auch richtig crazy, wie gerade Ranger-Class noch abgeht. Ja, ja. Also das ist halt dieses Jahr auf dem Berg nochmal deutlich höher gerutscht einfach. Mehr Goblins. Seht aus wie normale Goblins, natürlich. 3-3-3-Eile. Und irgendwo im Hintergrund siehst du diesen 3-3-3-Elefanten aus der 8. Edition und aus viel älteren Sets, der einfach am Weinen ist, weil er einfach 3-3-3-Vanilla ist und damals so als gute Kreatur gezahlt hat. Ja, das ist wirklich, selbst die Filler in Draftdecks, die sind halt ... Selbst die sind besser mittlerweile. Die sind deutlich besser geworden auch. Okay. Earth Cult Elemental. Ich weiß nicht, ob in Büchern Dritts schon gegen einen ähnlichen Earth Elemental gespielt hat, oder ob es halt dieser Earth Elemental ist, aber so in die Richtung auf jeden Fall. Telvers Torch. Ist sogar gut. Aber hier wieder Zombie-Oger. Diesmal ist es ein Zombie-Oger auch. Okay. Also im Italienischen haben sie es getauscht. Genau, da haben sie den Ogre vor den Zombie gestellt. Interessant. Okay, Steadfast Paladin, Great Axe. Oh, Dresselbeherr. Das würde ich sagen, das sieht ziemlich cool aus in diesem Artwork sozusagen. Ja, das stimmt. Aber da haben sie, glaube ich, das Original-Artwork auch genommen aus den ... Ja, genau, aus den Büchern. Also es ist, glaube ich, immer das Original-Artwork aus den Büchern. Echt? Ja, deswegen sind sie es extra so gemacht. Ah, okay. Ich dachte, die werden teilweise auch nachempfunden. Nee, nee, soweit ich weiß, wenn die das wissen, schreibst du mal in die Kommentare. Aber ich meine, das wäre ... Ja, unbedingt. Das ist halt klasse. Und Burning Hands ist tatsächlich auch spielbar. Mittlerweile Sideboard für Standard. Ja. Tatsächlich gegen die grünen ... Oh, Pottelblau. Oh, das ist auch sehr spielbar. Und Fighters Clash. Fighters Clash. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Spiel ich in meinem Knights-Commander-Deck. Andere Goblins kriegen nur eins, nicht schlecht. Und rotes Tappen fügt Schaden an ... Hä? Okay, irgendein Schaden in Höhe der Anzahl an Goblins, die im Zukunftsspiel ... Was zur Hölle? Diesen Zukunftsspiel ... Das ist weird. Die Idee ist, glaube ich, dass wir einfach mit Tokens und so weiter ... Ja, sehr viele machst. You meet a pair of Goblins oder so. Ich freue mich über die mehr. Ja, Pottelblau. Das ist halt das Ding, ne? Seitdem, weil als Dungeons & Dragons rauskam, hatten wir ja auch noch Throne of Eldraine. Ja. Und jetzt, seitdem das rotiert ist, haben wir so viele Karten Mehrwert bekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Hammer. Deswegen. Sehr, sehr cooles Set. Auch wenn es meiner Meinung nach mal das schlechteste Set seit Kamigawa ist. Es ist trotzdem ein cooles Set. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Und damit kommen wir zur Auslösung des ersten Gewinnspiels. Denkt dran, nächste und übernächste Woche gibt es dasselbe nochmal. Und zwar gibt es ein Paket von Ultimate Guard zu gewinnen. Die Bilder habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen. Wie das Ganze jetzt abläuft, ist, ich habe einmal den Online-Würfel-Simulator und danach noch den YouTube-Random-Comment-Picker. Bedeutet, ich habe oben alle sechs Videos, also Sonntag das Gameplay Death & Hawks gegen UB-Ninjas, 8-Cast, das Legacy MTG Deck Tag, das Modern Ryzen-Booster, die von Wizards gesponsorte, welches das beste Booster, Blacky erklärt Video, dann noch einen Commander Legends Booster und das Short-Video, was gestern kam, zu Duel Mad Sleeves von Dragon Shield, wo ich die ausgepackt habe und euch mal gezeigt habe, was die so grob können. Ja, das sind die sechs Videos und ich würde sagen, wir schauen an, welches Video wir nehmen für den Random-Comment-Picker. Dafür seht ihr schon, ist meine Maus schon auf dem Würfeln und Klick. Gut, die Nummer eins, das Gameplay. Es ist das Gameplay. Wir nehmen das, Random-Comment-Picker, schmeißen es hier rein, Duplicate-Users, bitte raussortieren. Können wir eben machen, Comment-Based-User, und zwar möchte ich nicht daran teilnehmen. Und Get YouTube-Comments. Es sind 20 Leute, die Unique mitgemacht haben und einen von diesen werde ich jetzt random ziehen. Klicken wir auf Start. Ja, lol, herzlichen Glückwunsch, Casual Alters. Du bekommst ein Paket von mir, kannst mich entweder anschreiben, über Instagram, Facebook, E-Mail geht auch tatsächlich, wenn es sein muss, Twitter. Und ja, interessant. Auch er, YouTuber kann ich euch nur empfehlen. Er macht sehr, sehr coole alter Arts. Zeigt, wie er die Sachen malt. Und ja, ich freue mich darüber. Und dann vergesst nicht, nächste Woche auch wieder mitzumachen. Wie ihr seht, jedes Video kann gewinnen. Jeder Comment unter jedem Video ist ein weiterer Entry, weil ihr hattet die Chance, wenn ihr alle sechs Videos kommentiert habt, eben auf jeden Fall im Gewinnpool dabei zu sein. Und dann wurde ein Random-Comment gepickt. Und ja, dann haben wir noch zwei Packages. Mal sehen, wer die gewinnt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.